Ich schneize zwar jetzt auch, aber nur, dass er vorwärts geht. Darum sollst du da oben mal deine Beine ein bisschen bewegen und ihn treiben. Ruf ihn mal an. Ruf ihn mal an. Ruf ihn mal an. Deine Beine hast du zum Treiben. Wieso hast du einen Absatz? Oder einen Hacken? Damit kann man mal einen Kerl anbucken. Ja, genau. Ruf ihn mal an. Ruf ihn mal an.